Ja, hallo, ihr habt gesehen, das Spiel ist mir abgestürzt, ich habe jetzt aber noch was gesehen und zwar, ah ja, genau, ich habe ja ganz vergessen, die hier noch auszurauben, die Leute hier, und eben, wo waren wir stehen geblieben, genau, wir wollten ja eigentlich rausfinden, wo unsere Freunde sind, da, die Dame hier, wisst ihr? Ah, hier sind die Leute, äh, genau, und jetzt möchte ich die markieren, ah, warte, das geht, hey, wo läuft die Dame hin, hey, hallo, die wollte wahrscheinlich für kleine Mädchen, ah, die sind auf der anderen Seite der Brücke, na super, und wie kommen die jetzt rüber, ah, jetzt verstehe ich, ah, der hat die, ja, okay, der hat den Weg frei gemacht, quasi, okay, Nein, nicht auf den Wagen schiessen, äh, ich glaube, ich nehme mir lieber eine andere Waffe, so, kann benutzt werden, nein, nicht fahren, der Koreaner soll fahren, so, äh, ja, genau, und ihr, äh, hallo? Aha, hallo, also eben, ich habe noch nicht so oft gespielt, man sieht es vielleicht, äh, ich bin noch nicht so mit der Steuerung, Nein, einsteigen, du, äh, So, und jetzt aber, Oh, ich glaube, das wird, das wird noch lustig, weil, äh, Äh, wie, wie gehe ich noch mal nach hinten? Äh, wie kann ich nach hinten fahren? Was ist jetzt passiert? Äh, okay. Äh, äh, Sir. Aha. Yes, sir. Äh, nein. Kim, ready for action, sir. Sir. Awaiting orders. How may I, sir? Yes. Oh, oh, Houston, wir haben ein Problem, immer wenn ich die... Warte mal schnell. Once more, right to the end. Kann ich nicht auch mit den... Scheiße, ich habe nicht aufgepasst, mit welchen Tasten ich das Fahrzeug steuern kann. Ah, mit S. Ah, alles klar, mit Y und A, okay, okay, okay. Awaiting orders. Äh, mit A, 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 ich idiot. Und, äh, wie kann ich die Richtung und so? Äh, 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 ups. Äh, nein, grösseres Gefährt steuern halte ich eher für eine schlechte Idee. Hilfe, ich kann nicht die Richtung nicht ändern. Äh, wie geht denn das mit der Richtung? Ich möchte die Richtung ändern. Okay, ich glaube, es ist auch besser so. Ah, okay, ich habe verstanden. Ja, 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 ich muss auf jeden Fall mal speichern, für den Fall, dass wieder irgendwas abstürzt. Und unsere Leute müssen jetzt alle aussteigen. Kann ich die alle markieren? Nein, kann ich nicht. Egal. Äh, aussteigen, 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 aussteigen. Fahrzeug verlassen. Aha, ich bin immer noch im, äh, äh, ah, jetzt steigen alle brav aus. Oder auch nicht. Oh, oh. Jetzt kann die Frau nicht aussteigen. Scheisse. Nein, das war der Falsche, der muss auch... Also. Irgendwie konnte ich doch da noch alle... Ah, so, ja. So. Ihr versteckt euch mal hier, wo sind überhaupt unsere Gegner? So riesig die Karte, ich sehe ich... Ah, ihr Väter, ihr fährt schon mal ein Panzer, okay? Äh, LKW, Panzer, LKW, äh, uiuiuiuiui, noch ein Panzer, scheisse. Irgendwo ist ein... ...Offizier am reden, wo ich aufspringen kann. Wo war jetzt das nochmal? Ah, hier, okay, alles klar. Ähm, und ich muss jetzt folgendes tun. Ich muss jetzt den wieder einsteigen lassen. Weil ich muss irgendwie... ...äh, das Fahrzeug anders, äh, positionieren. Also ich fahre jetzt nochmal rückwärts. Irgendwie muss ich rausfinden, wie ich die Richtung ändern kann. Ich hoffe, das ist überhaupt möglich. Nein, das ist es nicht. Ähm. Merkt man, dass ich das Spiel blind spiele? Das merkt man doch nicht. Hey. Ah, mit... Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Wunderbar, okay. Also mit den Komma und Punkt, ja. Okay. Gut, fürs nächste Mal wissen wir es. Und jetzt bitte alle Mann, alle Mann und alle Frau aussteigen, bitte. Äh, du, du, aussteigen, bitte. So. Jetzt bitte in die... ...liegende Position. Ähm. Ja, irgendwie müssen wir noch ein bisschen an der Koordination arbeiten, Jungs. Oh, consider it done. Oh, consider it done. Das sagt er doch, das kommt mir so aus, ähm, Kommandos noch bekannt vor. So, wir speichern mal wieder. Save early and save often. Hat er jetzt gespeichert. Also eben, ich habe das Spiel noch nicht so wahnsinnig. Ich habe es wirklich, die erste Mission habe ich gemacht, also die Tutorial-Mission. Und, äh, es ist Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Also wundert euch nicht, dass ich mich da extrem dämlich anstelle. Ähm, und jetzt müssen wir irgendwo einsteigen. Jetzt weiss ich halt nicht, ob wir einfach an allen Wachen vorbei einsteigen können hier. Ob das geht? Ich habe keine Ahnung. Ich werde, glaube ich, vielleicht nochmal speichern. Oh, jetzt stehen die natürlich auf. Okay, das ging ja mal voll in die Hose. Ah nein, er hat doch mehrere Spielstände gemacht. Okay. Wir nehmen natürlich den. Ah, ich dachte, der macht immer nur einen. Okay, der hat doch mehrere. Alles klar. Und wie komme ich jetzt in den LKW? Muss ich vielleicht in den? Dieses Fahrzeug kann nicht benutzt werden, okay? Äh, okay. Muss ich die vielleicht einzeln reintun? Okay, so geht's auch nicht. Ich glaube, ich habe bei dieser Mission, früher als ich gespielt habe, hatte ich extrem Mühe. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich glaube immer, ich glaube, das war immer der falsche LKW, wo ich einsteigen wollte. Aber hier ist es schon der richtige, oder? Oder ist es dieser? Nein. Steht ausdrücklich. Dieses Fahrzeug an den Panzer können wir natürlich nicht nehmen. Also es stehen hier eine Reihe von, äh... Bewegen sie... Ah, ich glaube, ich muss da noch eine... Ah, genau. Das war's nämlich. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Also eigentlich heisst es ja Ladies First, aber die nehmen das irgendwie nicht so genau mit den Anstandsregeln. Super. Mario. Dieses Kind of Transportation is a good way to make it safely through enemy territory. Keep in mind that sometimes, obviously, guards check the back as well. And in that case, you're dead meat. You can left click on a stance icon to jump from a moving vehicle. And sometimes you may have to. Don't do it now. Wait for the truck to pull up in the enemy training area. Okay, also, äh, ja. Für die, die das jetzt hier nicht lesen können, weil es irgendwie zu klein ist wegen der Auflösung oder was weiss ich. Ähm, normalerweise kann man von LKBs auch abspringen, weil die Wachen da auch die Ladefläche kontrollieren. Aber in diesem Fall nicht. Wir können warten, bis wir im feindlichen Trainingsgelände sind. Und ich glaube, das sind wir jetzt auch schon. Die sind ja am Aufräumen. Also, ich finde es ein bisschen, so von der Detailbearbeitung, finde ich es besser als Kommandos. Sowohl Kommandos 1 natürlich, Kommandos 2 natürlich auch schon besser. Aber ich weiss auch gar nicht, wie alt das Spiel ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen jünger als Kommandos, würde ich jetzt mal sagen. Ah, der fährt sogar durchs Wasser. Okay. Hier ist doch dann der feindliche Kommandeur, oder war das woanders? Keine Ahnung. Was ist denn das hier? Ah, ein alter russischer Panzer. Cool. Heisst das ein 38, T-38, ne? Das hier ist also das Trainingsgelände. Okay. So, ich glaube, wir sind am Ziel angelangt. Oder auch nicht. Ich schieße nicht auf Pappkameraden, okay. Ähm. Hier trainiert der Feind. Schalten Sie sie schnell und leise aus. Am besten erledigen Sie dies, indem Sie die Leertaste drücken. Jedem Ihrer Soldaten ein anderes Ziel zu weisen, dann die Zeit weiterlaufen hat. Auf diese Weise greifen alle Mann simultan und der Feind hat nicht mehr auch eine Chance. Ah, okay. Es wird ein simultaneous Attack und der Atom nicht eine Chance. Ich werde dich vorschlagen. Ich bin auf meinem Weg. Sind die Leute bewaffnet? Ja, ich bin ein Medik. Hast du jemanden geholfen? Ähm. Wie kann ich das, Sir? Sicherlich. Ähm. Speichern? Ich verstehe, Sir. Ich hoffe, dass nichts mich mit der Überraschung zu nehmen wird. McGregor, zu Ihrem Service. Ähm. Warte mal. So. Jetzt versuchen... Hallo. Jetzt versuchen wir das doch mal. Ich drücke immer die falsche Taste. Äh. So. Jetzt. Also stehen bitte. Und jetzt. Leer-Taste drücken. Genau. Mal schauen, was jetzt passiert. Yes, Sir. Das hat ja mal wunderbar funktioniert. Aber wir müssen jetzt auch so zielen lernen, ne? Wow, ein Raketenwerfer. Cool. Mit Praxis. Aber jetzt sag bloß, der kann nicht jeder bedienen. Kann das sein. Nicht jeder kann den Raketenwerfer bedienen. Ähm. Ja. Ist das Wurfmesser, okay? Ah, der, nur der kann den... Wurfmesser. Nein, egal. Wir machen es jetzt noch nicht. Jeder schnappt sich da mal eine Waffe. Certainly. Thank you for your trusting, Sir. Ja, ich vertraue dir doch gerne. Medizinische Vorwärte, okay? Ähm. Gibt es hier auch noch was? Oh, ja, hier gibt es. Tatsächlich gibt es. How may I, Sir? Ja, da ist es hier auch noch nicht. Das war's. Ja, ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Kopp. Ja, ich bin bei mir. inquа